Halt doch schon. Der Disco. Versuch mal ein Vogel zu snipern. Geht ganz einfach. Total, wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Geschenke fest. Ich sammle das Geld hier ein. Die Schrotfinte gefällt mir immer mehr. Du sollst aufheben, danke. So läuft übrigens jeder aufs Gacken. So, ne? Und ich pull die zu mir. Anstatt dass ich dich verrecken lassen? Nein, ich pull die natürlich zu mir. Ich glaube jedenfalls... Was? Was? Ah! Oh, kann der bitte springen? Stürme! Ähm, ähm. Leute! So, jetzt komm ich rein. Komm ich... Sprich mal einfach von der Klippe! Das kannst du doch so gut machen. Ich komm doch klar. Ich komm doch klar, Junge. Merk ich. Du klarkommst. Komm auf dein Leben, klar. Und hier liegt auch noch was. Äh. Noch mehr! Leute! Der... der springt runter. Äh. 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 Wie weit springt? Ich springe über... Ich springe über... Komm zu mich! Ich nehme jetzt... Auf reich. Dann... Ja. Aber jetzt lauft nicht auf mich zu! Waaah! Oh... Ich komm da bitte noch raus! Ist doch vielleicht doch gut Leute! Ist halt nicht. Ist gut, ich bin gestorben und direkt wieder... Voller Stärke. Ich bin nicht gut oder gut? Das ist verrückt Boah Leute, ist doch jetzt nicht mehr lustig Ist doch nicht mehr lustig Hallo, ist nicht mehr lustig, nein Ja klar, ich steh direkt vor dir Kräfte, echt Nein, Mediket, Mediket Danke Ich bin nicht Hier ist, glaube ich, eine Stipe Ich nehme die einfach mal für dich mit Wie darfst, als wann liegt hier ein Rack rum? Seit ich dem getötet Dem getötet habe Den getötet habe Alter, wie viel kommen denn dann noch aus dem Loch? Ganz ehrlich, das ist nicht mehr normal Ja, ne? Ich glaube Ich glaube, das ist gerade so auf diese Diese Partie ist irgendwie auf 50 Auf 50 Spieler aufs Ach Gott Ich will gerade zu dir hochkommen Ich bin hier unten Ich denke, da liegt noch was für mich Nein, ich habe doch jetzt mitgenommen Ich gebe sie jetzt gleich Was ich sagen wollte Ich glaube, das Spiel ist bestimmt auf 40 Spieler irgendwie ausgedrückt Das ist nämlich, wie gerade Bockspiel Lauf weg Leute, Leute, das ist ein bisschen Na komm Mit Pistole Ich gebe die jetzt mal kurz die Snackern Moment, das können wir doch gleich Ach, so egal Ich will sie dir jetzt geben, also halt's mal Ich will sie dir jetzt geben, also halt's mal Das ist die Aber die ist gar nicht so gut, glaube ich Muss mal gucken, vielleicht gib einfach Die ist auf jeden Fall grün 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 hatte ich noch nicht Oha, die ist gut Du musst mir jetzt leveln Achso, da liegt sie Nee, die ist eigentlich Die ist ganz gut Ich habe gesagt, die ist ganz gut, also ist sie ganz gut Die Sniper ist kacke Halt's mal, die ist ganz gut So, jetzt erstmal dick verkaufen Wenn ich sage, wenn das ganz gut ist, dann ist das ganz gut, ne Also halt's Maul So, was habe ich denn hier, äh Immer rein spaziert Ja, Violent SMG Weil mir bestätig eine Aufgabe Aber die behalte ich, die ist ganz gut Denke ich Finde ich sowieso nachher wieder ein bisschen und dann Das ist wieder ein bisschen Ach die Wer braucht schon einen richtigen Arzt, wenn er meine Apparate mit ihren unheimlichen Waffeln hat Sind besser als die der Kripsen-Lens Wie viel Schaden hat denn meine ausgerüstete Waffe? Häh Äh, das ist... Nicht mehr Alles klar Was geht da? Was geht da? Äh, bräuchtest du zufällig Geld oder so? Äh, wie viel Geld hast du eigentlich? Damit es vielleicht so ein bisschen... Äh, 800 Ich hab 1000, also verkauf du Äh Ähm, tschüss Tschüss Ja, ist eigentlich... Ich will von meinem Pink weggehen Ein alt-stylishes Weiß Ne, das muss doch hier Weißer Schal Äh Hey, sollte das Pink sein Ja So... Sieht jetzt nicht heißer aus Jo Äh, wo bist du? Du bist noch da? Ja Ähm, dann... Gehen wir jetzt hier wieder raus und dann... Dann... Ich gehe kurz auf Club Ja Ja, ist gut Ja, ist gut Ah, ich hab die Reine von Gesetze Oho ... Ja... Amen. So. Huch. Huch was. Huch. Ah ich hab ja vergessen die Aufnahme zu kurz zu hause. Huch. Egal. Äh leck. Na dann schießt auch endlich. Ne. Ne. So. Okay. So. So. Hm. Was mach ich denn? Verwiss ich die Auflauter oder deine Schilder? Ne. Spiel die sich in der Nähe oder? Ähm. Ich hab tödliche Crits geskillt. Ich hab 6% mehr Crit. Tode. Gedöns. Was? Wie? Was? Wie? Ich hab schon wieder nächstes Level. Okay. Das ging nicht schnell. Es wird eingesagt. Wir müssen zu Zett zurückkehren und Level up. Oh yeah. Ähm. Jetzt mach ich. Zielgenauigkeit. Das hier. So. Und danach gibts äh. Ne Verbesserung des Scorpio Schützturmes damit wir Munition regenerieren. Oder lieber Gesundheit. Gesundheit. Muni hat man eigentlich genug. Noch. Bei mir wird schon ein bisschen knapp. Bei mir nicht. Ich hab noch 42 äh. Schuss. Für die Sniper. Ja. Das sind ja auch immer Einzelschlüsse. Und noch 6 und äh. Pardon. 106 für meine Pistole. Ja. Ich auch. 186. Eigentlich 200. Zusammt. Was sagt man dazu? Du hast 9 Toss gekehlt. Du solltest mir nen Drink besorgen damit wir das Feier... Äh. Schwarzes Brett checken. Wenn du den verwendest werden deine Protean Galaten stärker und verfügen über spezielle Fähigkeiten. Gehe nur auf verschiedene neue Galatenmods um den Assi Grail zu verbessern. TK. Oder Catch a Riot benutzen. Nehmen wir erstmal das... Was? Erstmal zu TK oder? Äh. Das hat eine höhere Schwierigkeit. Ja. Dann machen wir das andere. Ist ja egal. Muss ja einfach auswählen. Mann. Ich triff die nicht. Huch. Wiel da. Was ist denn gefallen als ein Cheap Repeater? Oh toll. Ja dann mach jetzt das mit der... Und läuft. Skak hinterher. Boah. Boah. Alter. Was für Moneten. Okay. Ähm. Warte, 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 warte. Nein. Ich will Catch a Riot markieren. Ehh.... Rot ist rotes, äh, lila. Ja geht gar nichts. Body hat der Dieb. Das ist wiederum schwerer. Scooter beschaffen! Ja wie ein Scooter-Beschaffung, wie mach man das? Ähm, Boneheads, der Dieb, der ist ähm... Der ist stark, wir machen lieber das mit TK Bonehead. TK Bonehead, nein, TK Baha. Boneheads wäre da. Das ist ja auch wieder so ein Gegensatz. Ich wollte Auto-Fault. Ja, das können wir nachher. In den pinken. Nein, ich nehm' eigens. Hey Neuer, dich hab' ich gesucht. Äh, wer sind sie's? Äh, wählt doch die andere fest raus. Achso. Wo ist denn da lang? Warte mal, warte, warte. Falls du mal irgendwas brauchst. Irgendwas? Sag mir einfach Bescheid. Ja, dann mach' wir's. TK Baha's Beine sollen wir jetzt wieder beschaffen. Und der hat Ska. Das ist ein, äh, Skag. Der hat den gefressen, so ein Uber-Mod Skag. Und weißt du, den machen wir am besten, indem du dich auf die komplett andere Seite der Karte und setzt, den schelzt, den kack, den fachst, um den dann wegzuschneipern. Okay, ich sehe ja auch nicht die Schlauste und weiß dann auch nicht, wo der irgendwann öfter wird. Der hat meine Nase sogar weh. Äh. Nase. Nase. Oh, ich muss grad mit deiner Hand steuern. Mach das mal. Eine Hand steuern, das ist... Hm, lass' ich jetzt weh oder die Maus los? Ich mach' nicht mal weh. Äh, nein. Die Maus. Oh, ich hätte doch stehen bleiben können. Von daher... Skaggully. Wo soll ich mich denn hinstellen? Skagg. Äh. Blablabla. Blablabla. Ähm, erstmal haben wir hier noch diese Teile hier einzusammeln. Hä? Warum sind sie hier? Du hast einen ramponierten Datenschreiber gefunden, den die Banditen fallen gelassen haben. Die Daten sind beschädigt und unbrauchbar, aber es könnte auch noch andere Geräte... Nee, da steht nichts mehr. Die müssen wir jetzt einsammeln. Es gibt drei Stück davon. Und da oben ist nämlich noch einer, wo die eine Waffenkiste war. So eben war's, ne? Aus deinem... Wer... Oh, ich treppel. Wo die Waffenkiste war und da ist auch noch so'n Teil. Und dann kannst du von da aus den Wegsnipern. Falls du weit sehen kannst. Also bleib ich da einfach stehen. Ja, was soll ich sagen. Dann schießen drauf, bis er tot ist, und dann können wir wieder hinlaufen. Dann kommen wir da hoch. Wir nehmen die Weichheit-Taktik. Nee, glaub nicht. Ja. Nee, na. Wenn das ein Skugg. Oh, ich merke schon mal diese Neuigkeit. Ist wirklich hochgegangen. Jetzt laufst du wieder ver... Hallo. Alter. Alter Schawede. Ich hab das Gefühl, wenn... ...messer fritzen! Moment, hier ist das für einen Jäger. Oder? Na, na, na. Der Jäger ist doch das mit der Pudelmütze. Dein Mütze da, mit dem Schwanz dran, ne? Oh, ich hab den Vogel getötet. Mit einem Schuss aus Versehen. Toll, das liegt jetzt alles da oben. Wow. Dann gegriffen. Ich hab schon wieder den Bossvogel getötet. Und ich hab wieder ne gute Sniper gekriegt. Ja, du bist doch ne Ruhe und so. Das ist alles. Na, hier sind die Skeks. Oh. Das war's, so gut. Das sind auch wieder Skeks. Zapp. Hier kommen Tausende wieder bestimmt, ne? Ja, keiner. Hinter dir! Nicht mehr. Hinter mir. Dann ist der... Ja, okay, dann nehme ich die Waffe. Ach, dies nicht. Schade. Ich wollte noch gucken, ob der Sniper besser ist als die jetzige. Ähm. Ne, dann lieber Schaden. Der steht jetzt da ganz hinten. Direkt. Ach, da hinten. Wo ist er? Ja. Du musst von hier gucken. Oder vielleicht kannst du dich auch sogar auf die Dinge schauen. Ich seh den nicht. Es ist riesen Vieh da hinten. Sorry, ich seh den nicht. Wie du siehst den nicht. Lauf mal in die Richtung. Warte. Ach ne, der war da. Wie du siehst den nicht. Gleich gibt's hier. Sieh auf jeden Fall hier ist Gag-Welpen. Ach, der hinten ist der hinten. Nein, doch nicht. Ja, ich darf ihn nicht. Warte.